Musik Wir müssen den Klimawandel nicht nur besprechen, sondern wir müssen Daten setzen. Warum hat es so lange gebraucht, sich darauf zu einigen, dass es jetzt Veränderung braucht? Weil wir Menschen meistens erst dann gemeinsam reagieren, wenn uns das Wasser bis zur Nase steht, bis zum Hals. Sollte die Politik dann nicht forschend voranschreiten? Das ist so, aber sie brauchen für alles demokratische Mehrheiten.